Und jetzt lasse ich mir den Kanal an. Ich versuche natürlich Hochdeutsch zu sprechen. Ich muss erst mal hier... ...mein System testen. Flachriff hier. Nehmen wir mal den hier. Wie da so eine Testaufnahme ist. Ich mag das mal versuchen, da das hier... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Spanien, Bayern, Deutsch Spanien, Bayern, Deutsch Ich versuche jetzt, wie ich es sehe Deutsch, Spanien, Bundesliga und Spanische Ich kappe es jetzt Okay Tundenfarbe Schlechte Auswahl hier Hm Er ist zu alt, aber hat einen guten Job gemacht Also dieser Modus ist absolut ein Neuland für mich Muss ich einfach mal schauen Wie ich das so hinkriege Das ist eigentlich langsam Vielleicht kriege ich es ja doch noch hin, dass ich nachher 100% Chemie bekommen Jetzt brauche ich natürlich noch Ersatzstämme Das wird kein Stürmer, aber egal Das gefällt mir gar nichts hier Oh, der Nani, der ist gut Hm Wenn ihr mir flecht oder was? Ich werd mal grad gucken, acht Minuten. Also ich möchte nicht länger als zehn Minuten. Ist auch nur ein Test, deswegen ist das scheißegal, was ich labere. Ich weiß nur, äh... Also da kannst du dein Team optimieren, deine Schmiedsöhren. Ich werde einen Manager-Support oder den Spieler bereit sein, um das Team zu vervollständigen. Oh, Manager. Wieklar... ... Wirklichne... ... ... ... Okay. Ich dachte, ich habe noch ein paar Arbeiten oder so. Ich habe für das Sklavchen nichts gemacht, Preise, was gibt es denn für Preise? Irgendwas gibt es doch schon. Ich mache hier mal einen Cut, ich sehe gerade 10 Minuten. Ich schaue mal an, wie es verlaufen ist hier. Vielleicht klappt es sehr gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.